Ich bin Anita Farke und spreche die Exoter Blog News. Braucht die Bundeswehr eine reaktivierte Wehrpflicht? Die Debatte um die Wehrpflicht, Bedürfnis oder Bedrohung? Die Diskussion über die Notwendigkeit der Wehrpflicht ist ein wiederkehrendes Thema in der Politik und Gesellschaft. Diese bedeutsame Frage wird oft mit kontroversen Gefühlen und Meinungen bewertet. Auf der einen Seite sehen Befürworter in der Wehrpflicht eine unabdingbare Säule unserer Verteidigung und sozialen Zusammenhalts. Auf der anderen Seite stellen Kritiker die Notwendigkeit einer solchen Pflicht im 21. Jahrhundert infrage. Sie argumentieren, dass sie die persönliche Freiheit jedes Einzelnen verletzt und obendrein nicht mehr zeitgemäß ist. Die Wehrpflicht hat ihre Wurzeln in der Geschichte. Bereits in antiken Zivilisationen wie Griechenland und Rom war es üblich, dass Bürger einen Dienst zum Schutz der Polis bzw. des Staates leisteten. Quelle historisches Lexikon. Heute existiert die Wehrpflicht in unterschiedlichen Formen auf der ganzen Welt. In einigen Ländern wie Israel ist sie für beide Geschlechter verpflichtend, in anderen wie der Schweiz oder Finnland nur für Männer. Quelle military balance. Die Argumente für die Wehrpflicht sind vielfältig. Hauptargument der Befürworter ist die verteidigungspolitische Notwendigkeit. In Zeiten von unsicherer globaler Lage und zunehmenden Konflikten wird sie als wesentliche Säule der nationalen Verteidigung betrachtet. Laut Bundesverteidigungsministerium sichert sie die Kontinuität und den Bestand der Bundeswehr in Deutschland. Quelle Bundesverteidigungsministerium. Dieses Argument wird insbesondere von konservativen und rechten Politikern vertreten. Ein weiteres Argument für die Wehrpflicht ist der soziale Aspekt. Befürworter sehen in ihr ein Mittel zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Integration. Durch den gemeinsamen Dienst lernen junge Menschen aus verschiedenen sozialen, kulturellen und geografischen Hintergründen einander kennen und arbeiten zusammen. Diese Interaktion kann zur Stärkung des sozialen Gefüges und zur Verbesserung der sozialen Mobilität beitragen. Quelle? Fachzeitschrift für Soziologie. Dennoch gibt es auch starke Gegenargumente gegen die Wehrpflicht. Hauptkritikpunkt ist die Frage der Freiheit. Kritiker argumentieren, dass die Wehrpflicht einen Eingriff in die persönliche Freiheit darstellt und gegen das Recht auf freie Berufs- und Lebensgestaltung verstößt. In einer demokratischen Gesellschaft sei es nicht angebracht, jungen Menschen ihre Lebensplanung vorzuschreiben. Quelle? Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Weiterhin wird die Wehrpflicht als überholt kritisiert. Angesichts der Veränderungen in der Kriegsführung, insbesondere durch die Digitalisierung und Automatisierung, wird argumentiert, dass traditionelle Muster der Verteidigung, die auf Massen von Wehrpflichtigen basieren, nicht mehr zeitgemäß sind. Statt auf Quantität sollte mehr Wert auf Qualität, das heißt auf gut ausgebildetes und spezialisiertes Personal, gelegt werden. Quelle? Fachzeitschrift für Verteidigung und Sicherheit. Schließlich wird kritisiert, dass die Wehrpflicht eine diskriminierende Praxis sei, da sie in den meisten Ländern nur für Männer gilt. Dies verstößt gegen das Prinzip der Gleichberechtigung und perpetuiert traditionelle Geschlechterrollen. Quelle? Gleichstellungsbeauftragte des Bundes. Die Debatte um die Notwendigkeit der Wehrpflicht ist also komplex und vielschichtig. Sie berührt grundlegende gesellschaftliche und politische Fragen. Es ist daher wichtig, sie immer wieder zu führen und aufmerksam die Entwicklung in anderen Ländern zu beobachten. Nur so können wir eine informierte und zeitgemäße Entscheidung treffen. Letztendlich sollte die Beantwortung der Frage, ob wir eine Wehrpflicht brauchen, auf den Werten und Prioritäten der Gesellschaft basieren. In einer Zeit, in der die individuelle Freiheit und Gleichberechtigung immer mehr Bedeutung gewinnen, könnte es angebracht sein, die Notwendigkeit der Wehrpflicht kritisch zu hinterfragen. Bei Anita Farke, Donnerstag, 9. Mai, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Abonniertetakt. Denk immer an ein group Tages dreib Schmerzen auf dem Bene to und official. Schmerz nicht die dinheiro.